So, mein lovely Abonnenten, ich versuche das jetzt mal so kurz und knackig wie möglich zu umschreiben. Da die Anfrage, egal ob über Twitter, Facebook, Instagram oder E-Mails, einfach nicht abreißen, was gewisse Kapitel einer gewissen Reihe angeht, habe ich mich dazu entschlossen, eine geschlossene Facebook-Seite zu eröffnen. Wo ihr diese demnächst alle nach und nach vorfinden könnt. Aber auch nur dort. Ich weiß, viele von euch haben gar kein Facebook und wollen auch kein Facebook. Aber es ist für mich der einzige Kompromiss, den ich gehen kann. Und viele von euch hatten auch bisher nicht die Möglichkeit, die Geschichte zu Ende zu hören. Und demnach denke ich, dass das eine gute Lösung für alle ist. Und wer also möchte, ihr könnt einfach auf meine Facebook-Seite kommen, Ralf Schulz. Dort findet ihr dann einen Link zu der Facebook-Gruppe. Einfach eine Anfrage schicken und dort werde ich dann die Anfragen nach und nach akzeptieren. Somit haben dann alle, die es wirklich möchten, die Möglichkeit, nochmal sich die komplette Reihe anzuhören. Ich hoffe, das sind einigermaßen gute Neuigkeiten für euch. Ein nächstes Video kommt auch bald. Ich weiß, ich bin da immer ein bisschen sehr langsam. Aber das ist nun mal so bei mir. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Samstag. Und möge die Macht mit euch sein. und dann llamado euch ein Mal so beim Radio. Und dann werden wir sehen, Alright. Und dann kommen wir mal noch. Ou, tuned mit euch. Also sehen wir da, ich chce sono. Euch also zum nächsten Mal! Vielen Dank.